Er ist doch scheiß immer hier gestanden zu sein Ja du musst auch mal deinen Links da machen Welche? Der hat nur selbst ein Scheiß da drin und wie gesagt nur ein Mann Autsch Boah hab ich gar nicht in der Leiste drin Ack Ja Hahaha Ist auf jeden Fall negativ Ah ja aber geht doch Ne dann sind die anderen gebrochen weißt du das ist geil Ach joo Aber was siehst du wie gestern? Ich sage ja nein Ich trau ja heute mal ein Jelly Ein Jelly Aber tu mal einer markieren weil ich weiß nicht Ich mag das Ich nehm den Mond und diesmal wird der Stern da hinten raus geschossen weil das mir zu gefährlich Jut ich nehm den Totenkopf X kann ja Martin Martin nimmt CX ja jo Jaja Kannst du mir einen Gefallen tun? Den Mond bitte ein Schild ins Gesicht scheißen Ey geh doch bloß gar nicht dabei Wenn ich mit dem Stern kannst du den in der Eichstelle packen und das Leiter Ja aber nicht pullen jetzt Ah stopp Nicht pullen Warum nicht? Weil ich nicht will Boah ich nicht vergraben was ich Guck mal der Bogen dropp Ey willst du dich jetzt verarschen? Jetzt können wir mal Ja ohne ne 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 ich will dich nicht verarschen ich bin nur noch am Futter so Ohne Wüste Ohne Wüste Dass du jedes Mal fressen musst wenn wir irgendwo drin sind ey Das ist der Hammer Ja ich voll kannst du auch vergessen Kannste doch gar nicht um hier Wie denn? Jetzt kannst du wahrn Achhä? Achhä? Mit Schreiben? Ja mit Schreiben Also mit dem TS Ne warte ich bin kein Busch Ich bin auch kein Bilding-Klünden Mit dem TS? Und das was du schon gemacht hast hast habe ich hinter mir Ja kurze Frage Sternen fangen wir dann Eis war alles einfacher Ne ja ich weiß nicht Ich steige ich mein Helikopter auf Ich steige ich mein Helikopter auf So Leute jetzt geht's los Ich fliege an euch Ja wir los Meine First Lady ist sehr behart Warte mit Busse ich warte mit Busse jetzt Zieh die mal weiter zurück am Ja ich musste erstmal die Agro nehmen Ja Busse ist raus Alter Busse ist raus Busse ist raus Was ist hier nun los? Warum ist hier dieser Scheiß vorbei? Ich habe vier und vier und vier Ihr solltet den Mond schlagen An dir Ja Gerript Ihr solltet den Mond schlagen Ich bin aufbindig Ich bin chill Ich bin aufbindig Ich bin aufbindig Ich bin aufbindig Ich bin aufbindig Was passt denn jetzt? Okay ich mach jetzt einen auf Ugly Menschen Und mach hier den hier den hier den hier Und dann mach ich den hier den hier den hier Bitte unterbrechen die Scheiße Ich kritte nicht Oh ja ich kritte dreimal Wow cool So Mond ist tot Totenkopf wäre gesagt So kommen wir zum Pelemann Eins X Y Z Zieh den da raus Zieh den da raus Aus Martin Zieh weiter 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 Ich zieh ja Ich pentele Nicht schnell genug Peinlich Sehr sehr peinlich Ich fühl mich da Achtung Oh nein Dream's Zone Oh nein ich will nicht sterben Fuck Oh 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 Moment Oh nein 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 wir wollen nicht sterben Ich schlafe 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 Was sind die beiden Bogenschützen Die Penner Die Penner Junge Ey komm da hauen die tot Ey nicht rausrennen die Penner Was sind die Leute Ich käme hier als die alleine Was heißt hier als die alleine Ich käme hier auch noch mit Alter Ich habe von ihr weggepult Scheiße Ich schlafe Scheiße Jetzt sterbe ich doch noch Nein Garne Ich schlafe 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 Also deswegen Wieso Verlassen die mit einfach Weißt du Dann rennen die einfach Ich habe auch Stream als Strafstatus gehabt Und danach wirst du gekippt Ach scheiße Jetzt sind die ja wieder alle komplett Ne Ich schlafe Ich schlafe Ich dachte russen kämpfen immer miteinander Ja stimmt eigentlich schon Ich habe gedacht russen kämpfen immer miteinander Außerdem war das doch immer so Wer wegläuft wird erschossen oder Ja Und bestimmt hat wird das Schlagen oder Mhm Aber würde ich lieber erschossen So ein Scheiß Pad Mach den Heiler doch Begleiter von Lohenz So ein Scheiß Pad Ja ich habe gerade gesehen so hat er Sieh auf das Fall so Ist nicht auf Agona Ja Ist da ein Vieh auf Agbo Ich glaube schon Ich glaube schon Mal wo Ich habe auf jeden Fall den direkt angegriffen Den ich gerade im Bus Ja Warte doch mal Loho Ist da ein Vieh auf Agbo Ne Es gibt drei Arten Nö Für die Tierhaltung Wenn ich hier Giftschutz mache So ob das Figi denn eigentlich liegt Ja Okay So ich hol mal wo mein Raptor so Der ist besser Mike Tyson Ja Und aggressiv ist die beste Haltung Und aggressiv ist die beste Haltung Ich hole der Haltung der Haltung Hat er noch nicht gelungen Wie Mike Tyson Mit Crack Was sich Bereit sich Ach muss noch ein Tierarbeiter Ja mein Tierarbeiter Ja mein Tierarbeiter Hm Morgen arbeiten Super So Das ist cool Und zu einladen Dass ich morgen noch zwei Stunden bin Sauber Ja Und bitte gehen wir erstmal porten Ja So porten gehen Ja Warte Ne wir müssen hier alles rauslaufen Und wir bleiben drin Komm gala Vielleicht musst du ja einen laden erstmal Ja durant Or Oh Okay Völlig weg Völlig weg Völlig weg weggetreten Achso und du kannst dich noch auf Plündermeister einstellen Ne Hab ich schon Hast schon Schon längst ja Da hab ich aboningst Weil bei sowas Bayer Ich weiß Ich bin total schaub auf das hier in Klinge Willst du mich jetzt verarschen? Ja, ich habe auch Noah, fickt euch Nee, 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 das könnt ihr jetzt knicken Nee, 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 nee Nee, 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 nee Nee, nee, die war gestern mir versprochen Was ist das? Versprochen Aber auch nur, wenn du tankst Weil dann braucht die eh keiner Ja, dann tank ich, okay Dann nehme ich den einfachen Weg Kein Problem Du kannst von mir aus tanken und ich gehe auf die D Ja Aber die Schultern gehören sowieso mir Man kann so machen, was du willst Ja, hab ich doch gesagt, wir dürfen nur die scheiße Seelenklinge haben Dreamgift down? Noch nicht Nein, den gilt nicht down Nicht in meinem Haus Oh fuck Oh fuck Okay Ein Lacher für die Gilde Oh ja, super Mein Buff Oh, Glück ab Nächste Mal in einem Haus Gibt es, wenn so viele Zeilen gleichzeitig aufleuchten Und wenn es Damage ist, dann ich nicht kassier Oh, wie der strahlt Ich muss gar nicht labern, die labern die ganze Zeit Okay, dann gehe ich jetzt auf die D und Amok bleibt Das ist doch super easy Das weiß ich nicht Ach Oh mein Gott Ich muss ich auf Amok das Feier machen Okay, wir müssen Dream jetzt heilen, wenn du auf die D gehst Amok Okay, du musst jetzt Amok heilen Amok Shark Der steht hier vorne Hier steht da Jo Weil er unbedingt bis sie in Klinge will Oh, wie gibt's da mal ein Schicksal Oh, hier gibt's Törtchen Oh, hier gibt's Törtchen Das ist sowas von Fail mit zu sehen Klinge, weil ganz genau meine Page Machst du die Idee, da kann ich mich nicht Ich bin hier ja nicht um die Wette Keine Ahnung, zwei glaube ich Kommt schon, ne? Aber hier können wir ihn nicht kloppen Ja, aber hier muss man hier nicht hundertmal durchrennen Ich muss das nur wegen Videomaterial, deswegen mach ich das Ja, ich mach das Ich mach das vom Boss Maiden Bei 30k Das ist nämlich der Begriff, die 30k Fahrer über 30k Naja Hey, ich würde gerne wissen, ich bin hier klar So seid ihr soweit Jo Oh Ja Tier, 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 Tier Innenwort Ich kann auch nix Ey, ist ja voll die Stunner hier Voll die Wichser Scheiß Silence, ne? Scheiß Brain Arf, Kagea Die sind alle gleich Die nennen sich Jäger, oder Mages Ich kann auch weniger Nach riches Vielen Dank.